Dieser Podcast wird präsentiert von Genius Alliance. Es wird mal wieder Zeit für eine neue Folge hier im Startup Your Growth Podcast. Mein Name ist Norman Müller und wir werden heute eine ganz kurze Folge machen für den Wocheneinstieg. Quasi to go. Mit dem Thema, mach dich nicht abhängig von Wissensträgern. Wir machen eine kurze Unterbrechung und dann geht's los. Viel Spaß. Ich möchte heute mal starten mit einer Geschichte, denn ich habe in meiner beruflichen Karriere irgendwann mal angefangen, für eine Kreativagentur zu arbeiten. Und wenn du das Konzept für einen Kunden erstmal so theoretisch mit ein paar Layouts entwickelst, dann ist natürlich irgendwann mal die Frage, wie setzt du das Ganze um? Also zum Beispiel in einem Layout-Programm, damals hieß das noch QuarkXPress, heute ist das wahrscheinlich InDesign von Adobe. Oder auch im Internet gab es die Flash-Programmierung, also man konnte Inhalt dann sehr cool animieren und lebendig darstellen. Im Internet viel besser als diese HTML-Seiten, gibt es heute gar nicht mehr. Und meine große Frage war natürlich immer, lässt sich das umsetzen? Und ich musste immer jemanden fragen. Und ich musste zum Grafiker gehen und sagen, hey, lässt sich das technisch umsetzen? Und der hat mich dann immer so ein bisschen belächelt, so den Newbie, und hat dann gesagt, nee, das lässt sich nicht umsetzen. Vielleicht hat er auch gar keine Lust gehabt, weiß ich ja nicht. Ich habe ja keine Ahnung von diesem Programm gehabt. Und genauso ging es mir bei dem Programmierer. Ich habe gesagt, hey, lässt sich das irgendwie in Flash irgendwie noch cooler machen? Und die haben dann gesagt, nee, geht einfach nicht. Und dieses, es geht nicht, das war irgendwie so eine gewisse Hilflosigkeit, vielleicht kannst du das nachempfinden, wenn du mit deinem Auto in die Werkstatt fahrst und der Werkstattleiter sagt zu dir, hey, die Zylinderkopfdichtung ist kaputt. Da hängst du dich ja nicht in den Motorblock rein, um herauszufinden, ob der dir jetzt die Wahrheit sagt oder nicht. Wir gehen einfach davon aus, dass dem so ist und dass das Bauteil komplett ersetzt werden muss. Und nicht irgendwie nur eine kleine Membran das Ganze reparieren würde. Weil die Interessen sind einfach hier einfach auch andere. Das Autohaus sagt nicht, ich möchte dir Geld sparen, sondern das Autohaus, ich unterstelle das jetzt einfach mal, nicht bösartig, aber jetzt mal so für dieses Beispiel, sagt natürlich, ich verdiene natürlich viel mehr, wenn ich eine komplette Zylinderkopfdichtung austauschen muss. So, ist doch viel besser als nur eine Membran für 90 Cent. So, also da gibt es Interessenkonflikte auf der einen Seite und auf der anderen Seite natürlich auch die Frage nach den Fähigkeiten, die ich mitbringe, um eine, jetzt an meinem Beispiel bleibend, eine Umsetzbarkeit des Layouts für den Kunden überhaupt mitdiskutieren zu können. Ja, mitentscheiden zu können. So, das heißt, mir blieb damals gar nichts anderes übrig, als zu meinem Kunden zu gehen und zu sagen, dieser Wunsch ist super, aber lässt sich leider technisch nicht umsetzen. Also, was habe ich gemacht? Ich habe mir die Fähigkeiten selbst drauf geschafft. Ja, ich habe tagelang, nächtelang, wochenlang mit diesen Programmen verbracht, habe selbst irgendwelche Projekte damit realisiert, bis ich am Ende diese Layout-Programme, Photoshop, Illustrator, InDesign, alles das oder QuarkXPress damals oder auch Flash-Programmierung, HTML-Programmierung und so weiter selber konnte. Und ich konnte dann dem Programmierer oder dem Grafiker sagen, du denkst, dass es nicht geht? Ich habe einen Weg gefunden. Ja, und das war für mich so eine Genugtuung. Das war natürlich ein Riesenproblem, weil das natürlich wahnsinnig viel Zeit in Anspruch genommen hat. Ich konnte nicht mal eben eine Abkürzung nutzen, sondern ich musste mir dieses Wissen ja selber drauf schaffen. Und heute, wenn ich das mal rückblickend betrachte, was ist jetzt neu dazugekommen, im Marketing unzählige Sachen dazugekommen, im Vertrieb unzählige Sachen dazugekommen. Nimm das Thema Podcasting, nimm das Thema Projektentwicklung und was du sonst auch noch für dein Business dir vorstellen kannst. Stell dir mal vor, du müsstest dich in jedes einzelne Thema so operativ einarbeiten. Und mein Learning war, dass du dieses harte Einarbeiten gar nicht machen musst. Aber, jetzt kommt das Aber und deswegen heißt diese Folge auch, mache dich nicht abhängig von Wissensträgern. Du musst verstanden haben, wie es funktioniert. Du musst es vielleicht selber nicht machen können, aber du musst dir den Prozess anschauen und sagen, okay, wo in diesem Prozess entsteht eine so harte Abhängigkeit zu einem Wissensträger, dass ich mehr Verständnis dafür entwickeln muss, bevor ich dieses ganze Thema outsource. Denn was passiert, wenn ich sage, ich habe von Technik keine Ahnung, ich gebe das ziemlich schnell nach außen und dann erwische ich jemanden, der sagt, ja, ich kann dir das schon machen. Aber du weißt nicht, ist es die beste Lösung? Ist die technische Umsetzung wirklich das, was ich in den drei, fünf oder zehn nächsten Jahren auch noch gebrauchen kann? Darauf musst du dich ja verlassen. Du kannst ja nicht auch noch eine Marktrecherche machen und 15.000 Tools miteinander vergleichen. Also das ist ein genaues Abwägen, wie wichtig ist gerade diese Fähigkeit, die du benötigst für dein Business und macht sie dich abhängig in deinem Geschäftsmodell. Wenn du jetzt einen E-Mail-Server nicht einrichten kannst, bei Google, bei Microsoft oder wo auch immer, dann ist das egal. Da findest du schnell jemanden, der das für dich machen kann. Das ist für dich nicht existenziell. Aber wenn du zum Beispiel sagst, mein Business ist eine Plattform, mein Business ist ein Podcast, mein Business ist, keine Ahnung, ein YouTube-Channel, mein Business ist die Herstellung und Verarbeitung von Metall oder sowas, dann musst du bei den grundlegenden Themen einfach das Know-how im Unternehmen haben, aufbauen oder einkaufen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also überleg dir mal, welche Aufgaben sourcest du gerade out und sind das nicht wichtige Merkmale, wichtige Fähigkeiten, wichtige Skills, die du in deinem Unternehmen haben musst. Und das ist eine ganz wichtige Entscheidung. Wenn du diese Investitionen tätigst, kann es dir halt einfach passieren, dass du am Ende über das, was dann geschaffen wurde, nicht mehr verfügen kannst. Ein weiteres Beispiel, wir haben mal bei uns eine Software entwickelt und haben diese ganze Programmierung ausgelagert. Wir wollten die Software am Ende verkaufen. Was entstand? Eine komplette Abhängigkeit zu einem externen Dienstleister. So, was kannst du da machen? Klar, du kannst den Code dokumentieren lassen, den Code irgendwie in einem Repository ablegen, also ein Datensave und das Ganze noch vom TÜV zertifizieren lassen oder sonst irgendwas, um dich irgendwie abzusichern. Aber du brauchst langfristig, wenn du eigene Software entwickelst, brauchst du die Know-how-Träger in deinem Unternehmen. Du selbst musst nicht programmieren können, aber du musst die Leute in deinem Unternehmen haben, die das weiterentführen können, weiterentwickeln können. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. So, machst du das nicht, so wie wir damals, stehst du irgendwie doof da, weil die Firma kann dich unter Druck setzen, die externe Agentur und kann sagen, so und ab jetzt verlangen wir einfach den doppelten Stundensatz. Bis jetzt haben wir für dich entwickelt, jetzt machst du damit Geld, jetzt wollen wir einfach das doppelt haben. Kannst du nicht bezahlen, oh sorry, dann werden die Prozesse, dann wird der ganze, die gemeinste Kooperation hier enden. So, dann stehst du erstmal da, weil du musst das alles wieder neu aufbauen. In dieser Zeit verdienst du kein Geld, es ist nur noch Invest. Und du musst die Leute erstmal finden, die du für dein Unternehmen gewinnen kannst, damit du das wieder aufbauen, nachbauen oder weiterentwickeln kannst. Also überprüfe in deinem Unternehmen, welche Skills du gerade outsourcest, die aber essentiell sind und auch existenziell sind für dein Unternehmen und die du unbedingt haben musst. Und wenn du diese Entscheidung triffst, musst du dich inhaltlich damit beschäftigen. Du musst es verstehen, du musst es nicht selber umsetzen können, aber du musst es verstehen. Das ist, leider sehe ich das zu oft, deswegen muss ich diese Podcast-Folge heute machen, dass gerade im Bereich der Technik, Hardware, Software, damit wollen die wenigsten was zu tun haben. Das ist eher so ein, ich habe da keine Lust drauf, ich will mich mit dieser Software jetzt nicht beschäftigen. Ich will mich jetzt mit der Hardware oder mit der technischen Infrastruktur oder mit den Prozessen dahinter, will ich mich nicht beschäftigen. Ich kaufe das ein und dann habe ich es in drei Monaten. So, dann steht das Ding da und du musst dir überlegen, wer führt das weiter? Wer macht den technischen Support dafür? Wen kannst du fragen? Musst du dafür ständig bezahlen? Musst du dafür ständig irgendwelche Preise akzeptieren, die dir von außen irgendwie aufobtroyiert wurden? Musst du nicht. Und das ist wichtig, dann lieber in kleineren Schritten wachsen, die Abkürzungen für dich entdecken und sagen, wenn ich das einsetzen würde, wenn ich diesen Prozess einsetze oder umsetze oder diese Technologie, diese Software einsetze, dann bin ich schneller, darauf zu fokussieren und zu sagen, okay, was brauche ich, damit ich möglichst unabhängig die wesentlichsten Skills, die wesentlichsten Fähigkeiten im Unternehmen habe, um das selbst betreiben zu können. Das ist eine wichtige Frage auch, ob du zum Beispiel eine Software-Eigenentwicklung präferierst und da investierst oder ob du zum Beispiel auf eine Software-as-a-Service-Lösung von irgendeinem Anbieter, der sich dann um alle Updates und alle Weiterentwicklungen und Feature und Support und so Sachen kümmert. Also das ist für mich nochmal ein ganz wichtiger Punkt, euch oder dir mit auf den Weg zu geben, dass du dir überlegst, welche Wissensträger sind so an deinem Unternehmen als Satelliten angedockt und wo musst du Wissen im Unternehmen aufbauen? Und gleich noch eine andere Geschichte hinterhergeschoben, warte nicht zu lange mit dem Outsourcen. Es ist wichtig, die Sachen auch weiterzugeben, abzugeben oder Divisions in deinem Unternehmen zu bauen, Abteilungen in deinem Unternehmen aufzubauen mit Leuten, die das dann übernehmen, sodass du dich dann wieder zum Beispiel strategischen Aufgaben widmen kannst. Wenn du damit zu lange wartest, wenn du einfach sagst, ich schaffe mir das Wissen jetzt drauf, in zwei, drei Jahren weiß ich das alles, dann ist das viel zu lange und dir geht eine mögliche Marktschance, die du viel besser erschließen könntest, wenn du das Ganze outgesourced hättest. Ihr merkt, das ist eine Gratwanderung, auf der einen Seite zu sagen, ich brauche die Fähigkeiten im Unternehmen, auf der anderen Seite zu sagen, ich muss eigentlich relativ schnell diese operativen Aufgaben übergeben an Menschen, die diese Fähigkeiten haben, im Zweifel sogar muss ich die extern vergeben, aber ich muss verstehen, worum es geht. Und diese Fähigkeit, die gehört auch in die Etat of the Sea Level, das kannst du nicht delegieren, du musst auf dem Sea Level die Entscheidung treffen können und dafür ist erforderlich, dass du dich damit wirklich beschäftigt hast, damit wirklich auskennst. So, das als kleiner Appetizer für einen Montag, aber es ist einfach wirklich, du merkst, es ist wirklich eindringlich, weil mir da viele Sachen selber passiert sind, aber auch viele Sachen immer wieder herangetragen werden oder ich viele Dinge auch beobachte und deswegen ist es einfach für notwendig halte, diese Podcast-Folge hier für euch gemacht zu haben. Ich wünsche euch einen schönen Start in die neue Woche und wir hören uns am Mittwoch wieder. Ich wünsche euch einen schönen Start in die Woche und wir hören uns am Mittwoch wieder.